Hupsen hier, wie sieht es denn aus hier mit Munichen? Vergesse ich immer wieder, ich vergesse immer wieder nachzuladen. Ich bin hier der Nachlade und König. Ey jetzt, mach doch mal nicht so hier da. Scheiße, beim Weg rum ist ja unmöglich. Wo muss ich denn hin da? Wo muss ich eigentlich jetzt hin? Achso, ich darf wieder Aufzug fahren. Juhu, juhu, ich bin der Aufzugmann, juhu. Also, hörst du mich? Ich bin Kendra. Sie haben mich angegriffen. Ich rannte um mein Leben. Und Hammond? Er verschwand einfach. Kendra? Wo sind Sie? Schön, dass Sie quick lebendig sind, Hammond. Ich hab mich ins Serverraum verbarrikadiert. Ich kann hören, wie Sie sich draußen bewegen. Ich glaube, Sie wissen nicht, dass ich hier drin bin. Ich kann mich von hier aus in alles einloggen. Ich hab mich ins Roots-Verzeichnis gehackt und einige Berichte aus der Kolonie gefunden. Schon bevor Sie den Planeten angebot haben, verbreitete sich diese Geistesschwäche unter den Kolonisten. Anscheinend hängt das mit einem Artefatt zusammen, das Sie auf dem Planeten gefunden haben und das Sie Marker nennen. Ich werde mich weiter umsehen. Ich weiß, wo du bist und werde die Tür zum Treibstoffdepot öffnen. Von dort aus kommst du weiter in die Antriebskammer. Was mache ich in die Antriebskammer? Das hört sich nicht gut an. Da wäre ich noch geschnetzelt hier, wenn es weitergeht. Ähm, ja, ja, mhm. Was ist denn da los? So, Monorail Station, Job. Maschinenbereich. Ähm, ja. Ich muss mal gucken hier. Was ist denn das hier? Was ist das hier für Teile? Hm. Hm, 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 hm. Ist auch keine Energieknoten? Oh, das ist, was ist das denn hier? Ach, das sind, das ist das Schiff. Ah, ha, ja, ja, ja. Job. Ich gucke mal ein Job. Job, 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 Job. Gucken wir mal, was Schönes gibt. Brennstoff-Lamme wäre es, also Ripper. Ripper ist vielleicht interessant. Was macht der denn? Industriesäge mit Fenster. Ne, ist auch nichts Gescheites. Plasmianische, braw man nicht. Brennstoff, braw man auch nicht. Medipack, klein, braw man auch nicht. Luftkanisse, braw man nicht. Strasserpack, braw man nicht. Energieknoten. 10.000 kosten. Pah, leh, aber geht's denn noch gut oder was? Was ist denn eigentlich mal? Flammenwerker, den tue ich jetzt mal. Anstieg verkaufen. Ja. Und weg. ja ich will denn der scheiße die strahlenkanone ja dieses impulsgebühr in den shop verkaufen das war scheiße einfach nur misst ich bin sicher jetzt ist das mal strahlenkanone 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 das behalten wir mal haben wir da auch strahlenkanone das ist mir fertig doch sind wir fertig im schub haben wir genug eingekauft ausgestattet müssen wir mal gucken ach das ist die große bummer ja 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 das ist die die so viel braucht die ist aber besser wir brauchen nicht so viel da andere baue ich ja nur einmal hin zu behalten ab ab wo sind wir hin dahinter müssen wir ab die brauche machen wir schon wieder in die luftleere dingsbums da oder das ist doch was morning achtung grafiti ach nicht schon wieder das ist ja toll wir sind oben wie man sehen kann wir haben die maschine aufgetankt zentrifuge haben wir aktiviert jetzt müssen wir den antrieb noch zünden damit wir auf den planeten fallen und das wollen wir jetzt mal machen wir alle zusammen so ein bisschen so gucken wir mal ja das geht doch mal auf ach nicht schon wieder aber das ist doch blöd wo muss ich denn hin wo muss ich hin ach nee jetzt muss ich wieder da so rumwursteln antritt schwerelosigkeit ach wirklich wo muss ich hin ende der schwerelosigkeit schwerelosigkeit ist immer tof jetzt machen wir hin und machen auch schon keine luft mehr hallo alle fragen muss ich immer wo kommt das hört sich nicht gut an das ist das ganze laut hier das ist der nirlau sie haben so ein zugewegt mit so ein Zeug Das ist ja ökelig. Da ist wohl das Gewurm. Und es bewegt sich. Toll, bringt ja was. Es lebt ja alles hier. Das ist wieder so ein großer Wurm oder was? Ne, bleibt doch nichts erspart hier. Echt. Soll ich mal ganz schön Stahl haben, wo die ganzen Fuzzis da rumhängen. Ne. So kann das aber nett sein, oder? Ich leg das mal da rein. Was ist hier noch? Ein bisschen Munizieren und Ausrüstung. Blasen mal in der Gebrüche. Was ist das hier? Fangen wir locker? Ich habe das Tempo hier. Der Antrieb ist im Arsch. Ich kriege ihn nicht gestartet. Und bei all dem Scheiß, der hier abläuft, deutet alles auf Sabotage hin. Ich gehe jetzt zur Brücke und dann suche ich ihr Litterpast. Ich muss sie vom Schiff schaffen. Hier ist es nicht sicher. So, gucken wir mal weiter. Das sieht alles nicht so toll aus. Das ist ja ekelhaft. Und dann sappelt es schon runter. Was ist denn das? Ich gehe jetzt lieber. Ich muss auch noch da hochfahren. Toll. Ne, runter. Ne, runter. Ne, runter. Ich will nicht. Eigentlich will ich nicht. Ich wundere, bin schon da rausgekrabbt gleich, oder? Hast du ein Schacht da? Ich höre es doch schon. Komm, 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 komm. Was ist denn das hier alle? Diese kleinen Furzdinger, die da alle sind. Hey, Köl, ich glaube, es geht los hier. Alter, 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 Alter. Was war das jetzt? Was, Rippen, was? Jetzt haben wir aufgepasst. Was war das denn? Da haben wir zu passen. Rippen, Kling, Munition für Rippen. Ach, da kann er so wegschießen, oder was? Waaah, hehehehe. Oh, da wird es ja auch super hier. Oh, da war es auch damals schon, oder? Ist das richtig? Und immer weiter runter in den Sith. Äh, ja, supi. Sieht schon nicht so gut aus. Hier ist alles so vollgewachsen schon. Ich habe da überhaupt keine Lust rauszugehen. Eigentlich irgendwie so. Eigentlich habe ich da keine Lust rauszugehen. Und das muss natürlich dadurch natürlich sehr langweilig. Das ist ja ekelhaft. Ich habe das. Ich habe keine Star-Band. Das wäre toll. Warte, ich habe noch ein Star-Band. Ich habe wirklich genügend genügend. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das hört sich aber auch nicht so gut an, ne. Na, komm doch mal ein bisschen runter. Komm, 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 komm. Wut, 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 wut. Bam! Jetzt hat der Unheilschüge gebracht hier. Nimm ich gar nichts. Was dreckst du hier, dreckig? So, gucken wir mal weiter. Ich hab auch nicht so gut an hier. Ganz leise. Speichern wir mal. Weil, ist sie schon, ist sie schon, ne. Sonst kann ich den ganzen Rotz nochmal neu machen. Weil wir haben schon gesehen. Oh, manchmal, äh, ist die Zuckerpapaya nicht so, äh, tollste. Oh, das ist aber ne große Tür. Hehehehe. Hast du den Zugang zur Antriebssteuerung? Ah, ja. Mhm, mhm, mhm. Komm her. Ah, ja, natürlich, meine Frau. Hey, hey, hallo. Wo? Alter, sind also wenig von dem Zeug. Wie mal die denn da? Ach mal, geh mal. Wo jetzt? Ach mal schön auf dem Boden der Tatsachen. Hohohoho, der war gut. Ich kriege auch noch da. Ey, steppst du jetzt? Alter, was ist denn das für einer da hinten? Äh. Das ist ja ein ganz kleiner. Ach, ich mag nicht mehr weiter hier. Das macht keinen Spaß. Hä? Bin ich jetzt so blöd, oder? So. Ist das jetzt hier alienfrei? Und dann kommen da noch ein paar Mekromov um die Ecke gelohrt. Ich traue dem Frieden nicht so weh. Ich traue dem Frieden nicht so. Was ist denn für ein Kollege hier? Das macht auch nichts mehr. Juhu. Haha.